Kylian Mbappé ist bei Paris Saint-Germain in Hochform. Angel D'Aimaria glaubt, dass der Franzose jedes Jahr den Ballon d'Or gewinnen kann. Angel D'Aimaria glaubt, dass Kylian Mbappé jedes Jahr den Ballon d'Or gewinnen kann. Über seinen Mitspieler bei Paris Saint-Germain sagte der Argentinier bei TF1, wenn er auf diesem Level weitermacht, kann er ihn jedes Jahr gewinnen. Er lebe die Liga eine Live- und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt einen Gratis-Monat. Die diesjährige Liste der Nominierten für den Award wird von France Football am 9. Oktober bekannt gegeben. Der Franzose sollte aufgrund seiner Leistungen in jedem Fall darauf zu finden sein. PSG D'Aimaria denkt nicht an Wechsel, wir sehen in jedem seiner Spiele sein Potenzial, er schöpft es aus, auch wenn er erst 19 ist, fährt der 30-Jährige mit seiner Lobeshymne fort. In der aktuellen Saison steht Mbappé nach vier Liga-Partien bei vier Toren. D'Aimaria selber wird immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Ich bin hier sehr glücklich, also kann ich nur warten und schauen, was passiert, verschwendet er noch keinen Gedanken an einen möglichen Transfer. Mehr zu PSG Mehr zu PSG